Als hätte man mir einen Arm abgehackt. Wenn ich mir das gestatten dürfte, würde ich Eure Majestät für den Friedensschluss loben. Ihr dürft mich ruhig loben. Nur haben wir mit Preußen leider keinen Frieden geschlossen, sondern nur einen Waffenstillstand. Wer weiß, wie lange der hält. Ich traufe Friedrich nicht. Um meinem bayerischen Cousin ist der Appetit auf die böhmische Krone auch noch nicht vergangen. Zum Glück übersteigt der Appetit Eures Herrn Cousins bei weitem seine Fähigkeiten. Kann sein, aber wenn ihm jemand zur Hilfe kommt? An wen denkt ihr? An die Franzosen. Die haben doch keinen Grund. Euer Wort in Gottes Ohr, Kinski.